Sport hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich mache es für mich, damit ich mich wohlfühle und mache mir dabei aber keinen Druck. Aber es sollte schon so zwei bis drei Mal pro Woche sein. Meine Tipps für den Alltag. Man darf sich zu nichts zwingen und sollte den Sport und die Übungen als eine Wohltat für den eigenen Körper sehen, weil ich trainiere nicht, weil ich meinen Körper hasse, sondern weil ich ihn liebe. Ich habe, als ich angefangen habe, Sport zu machen, einfach gemerkt, wie sich mein Körper verändert und mein Essverhalten. Und es hat mir einfach gut getan. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich mehr mit verschiedenen Workouts auseinanderzusetzen und habe alles ausprobiert und versuche jetzt auch, alle Menschen zu motivieren, das zu tun. Denn es sollte ja schließlich Spaß machen und man fühlt sich nachher einfach viel besser.